Punkte sammeln und sparen. Komm in den Lieblingskorb-Club. Für jeden Euro bei deiner Bestellung erhältst du dort einen Punkt. Aber es wird noch besser. Du kannst schon vor deiner ersten Bestellung Punkte sammeln. Melde dich beim Lieblingskorb-Club an und erhalte deine ersten 50 Punkte. Teile uns deinen Geburtstag mit und erhalte weitere 50 Punkte. Gib uns ein Gefällt mir bei Facebook 50 Punkte. Auf Facebook teilen 50 Punkte. Auf TikTok folgen 50 Punkte. Auf Instagram folgen 50 Punkte. So kannst du super leicht bereits vor deiner ersten Bestellung auf 250 Punkte kommen und zum Beispiel einen fetten Rabatt auf unsere Bundles absammeln. Und das ist nur ein möglicher Vorteil. Teilst du deinen persönlichen Empfehlungslink mit Familie und Freunden, erhaltet ihr beide einen Rabatt von 10%. Richtig cool, oder? Also direkt Clubmitglied werden, Punkte sammeln und Vorteile sichern. Oh mein Gott!